Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Star Wars. Kann ja jetzt mal sein, ja. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und ich laufe mal direkt zu ihm, so. Vorbereitung, Geschichte, fortsetzen, joh. Käpt'n, wir gehen so schnell, wie wir sie können. Wir bemerken, einige Boomer fehlen. Vielleicht vom Wagen gefallen. Könnt ihr sie helfen finden? Schatz'a, wir müssen ihnen helfen, Wagen beladen. Okay, wir müssen jetzt hier anscheinend irgendwo hin. Okidode, nicht sie machen das. Oh. So. Oh, du auch. Was sind das denn hier für Kugeln? Keine Ahnung, ich sammle die einfach mal ein. Gut. Da ist noch eine. So. 15 habe ich jetzt. Jetzt fehlen nur noch eine irgendwie, oder? Hey, wo denn? Egal. Ah, hier drin. Hey, wo sind die? Nein, die sind weg. Okay, okay, okay. Hä, aber wo soll ich denn jetzt hier noch weiter was machen? So, ich möchte jetzt wieder mit dem reden, oder was? Mach mal. Michse muss diesen Phamba aus dem Weg schaffen, damit wir Sebomas bekommen. Michse ihm geben leckeres Chora, wenn Michse welches hätte. Okay. Er ist ja schon weg. jetzt haben alle gefunden ja bringen die boomer zurück zu jetzt sind wir bereit für kam fertig zeit für wohlverdiente pause jetzt geht es weiter sieg auf irgendwas stand da gut dann schauen wir mal okay jetzt zwei leute wieder ein wichtiger sowas müssen wir jetzt machen gehen da hinten offen ist okay also irgendwie ist jetzt der krieg aufsitzen ganz sicher und ungefährlich wo sind jetzt hier da ist noch ein loch wir haben ein loch sind denn die alle da Quatsch. So. Down. So. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie hin. Halt auf. Oh. Quatsch. Bam. Bam. So, haben wir jetzt alle? Ja. Okay. Nein. Was machen die denn hier? Okay. Machen wir jetzt bitte nichts Falsches machen. Das sind jetzt die Gegner, glaube ich. Okay, der Kampf geht los. Der Kampf geht los. Okay. Okay. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie... Oha, das ist geil. Oha, das ist geil. Leider nicht alle ist das Problem. Oha, da kann man diese Dinger hier kaputt schießen. Ja, kann man. So, ich mach jetzt hier mal kurz alle Dinger hier kaputt. So. Ah, die spawnen neu oder was? Nee. Okay. Okay, ich mach noch einen von denen hier. Quatsch. Okay, jetzt müssen wir... Oh. Okay, jetzt ist ein bisschen los. Oha, jetzt kannst du den Autopiloten abziehen. Oha. Oha. Oha, oh. Oha. 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 Jetzt haben wir es geschafft, okay. Sieg auf Fiesel, wenn man das ausspricht. Okay, Leute. Ich würde auch noch mal sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut natürlich außerdem auch in meinem Discord-Sort, wobei der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr keine Ahnung mehr verpasst. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao, ciao.